Krombacher 0,0% Natürlich erfrischend, ganz ohne Alkohol. Das sind Nils und sein guter Freund Paul. Sitzen die beiden entspannt zusammen, trinkt Nils am liebsten Krombacher alkoholfrei. Denn er mag den vollen Krombacher Biergenuss, möchte aber nicht immer Alkohol zu sich nehmen. Der Restalkohol von weniger als 0,5% stört ihn dabei überhaupt nicht, weil er ja weiß, dass Krombacher alkoholfrei weniger Restalkohol enthält, als beispielsweise Traubensaft oder Bananen. Und dass sogar eine Apfelschorle und Brot Restalkohol enthalten. Nils Freund Paul macht viel Sport und joggt mehrmals die Woche. Daher trinkt er viel Wasser oder andere Erfrischungsgetränke, obwohl ihm diese oft zu süß oder künstlich und meist nicht isotonisch sind. Er sucht schon lange nach einem natürlichen Erfrischungsgetränk, ganz ohne Alkohol. Da Nils das weiß, hat er für Paul etwas Neues entdeckt. Krombacher 0,0% Pils. Der natürliche Durstlöscher mit 0,0% Alkohol. Während Nils die erfolgreichen Krombacher alkoholfreiprodukte weiter genießt, gibt es für Paul nun die neue Erfrischung mit 0,0% Alkohol. Die schmeckt vollmundig und dank einer feinen Malzsüße weniger herb. Genau das Richtige für ihn. Paul findet es besonders toll, dass in Krombacher 0,0% kein Restalkohol steckt, obwohl er weiß, dass dieser medizinisch für ihn vollkommen unbedenklich ist. Dank eines innovativen, eigens in Krombach entwickelten Brauverfahrens ist es möglich geworden, ein 0,0% Bier in Krombacher Qualität herzustellen. So entsteht ein feinherbes, isotonisches Erfrischungsgetränk mit einer Vielzahl an natürlichen Inhaltsstoffen. Ob nach dem Sport, unterwegs oder zu Hause, Krombacher 0,0% ist die perfekte Alternative zu Wasser und Co. Wie Krombacher alkoholfrei ist auch Krombacher 0,0% isotonisch. Paul denkt sofort an seine Sophie. Sophie freut sich auf ihr erstes Kind. Ihr Frauenarzt hat ihr deshalb empfohlen, während der Schwangerschaft ganz auf Alkohol zu verzichten. Als Sophie Krombacher Weizen 0,0% probiert, ist sie begeistert. Jetzt kann sie erstmals einen Durstlöscher ganz ohne Alkohol genießen. Denn Krombacher Weizen 0,0% ist das erste nationale Weizen überhaupt, das nach deutschem Reinheitsgebot gebraut ist und kein Restalkohol aufweist. Damit Paul und Sophie ihre neuen 0,0 Sorten leicht im Regal finden, unterscheiden sie sich klar von den bereits bekannten Verpackungen. Dank dynamischem blauen Design entsteht ein differenzierter Auftritt zur Krombacher Alkoholfrei-Range. So erschließt Krombacher neue Konsumenten wie Paul und Sophie für den Alkoholfreimarkt. Sind Nils, Paul und Sophie das nächste Mal gemeinsam unterwegs, hat jeder garantiert das passende alkoholfreie Krombacher nach seinem Geschmack in der Hand. Nils bekommt den vollen Krombacher Biergenuss und Paul und Sophie erfreuen sich über die neuen natürlichen Durstlöscher von Krombacher. Erfrischung für jeden Geschmack.